Nix Face Award Ich habe mich für einen Too Faced Look entschieden, ein klassisches Face Paint gemischt mit etwas Special Effects, der die zwei Seiten des Ruhmes darstellen soll. Auf der einen Seite Marins Schönheit, auf der anderen Seite die hässliche Wahrheit des Ruhmes, die sie letztlich kaputt gemacht und umgebracht hat. Viel Spaß beim Zusehen! Zuerst decke ich meine linke Augenbraue mit Prosate Cream ab. Das ist ein kosmetischer Hautkleber, der sich ganz gut dafür eignet. Sobald der Kleber etwas getrocknet ist, pudre ich ihn mit Transparentpuder ab und wiederhole die Schritte noch ca. 2 Mal. Anschließend kann ich die Augenbraue mit Concealer überschminken. Und dann beginnt auch schon das Skizzieren des Schädels und der Knochen. Das mache ich mit einem weißen Kajalstift. Sollte man sich hierbei vermalen, lassen sich Fehler leichter ausbessern, da weiß sich am einfachsten korrigieren oder überschminken lässt. Ich male dann die Knochen alle mit weiß aus. Hierfür verwende ich weißes Aqua Make-up von Mask World. Typisch Marilyn Monroe sind natürlich die vollen roten Lippen, die hier richtig leuchten dürfen. Ich verwende zuerst einen roten Lip Liner und fülle die Lippen anschließend mit Farbe aus. Mit einem Angle Brush ziehe ich mir dann meine geschwungene Augenbraue mit schwarzem Aqua Make-up. Ich schwärze Schläfe und Kinnbereich und konturiere nach und nach die Gesichtsknochen. Je mehr Tiefe ich geben will, umso dunkler male ich. Meine Nasenspitze lege ich komplett schwarz ein. Dann schattiere ich seitlich meiner Nase und an Ober- und Unterlid und klebe mir im Anschluss auch schon meine Kunstwimper auf. Um die Lippen noch plastischer wirken zu lassen, setze ich schwarzen Eyeshadow in die Mitte. Den Zahnbereich schminke ich weiß und betone nochmals Unterkieferknochen mit einer zweiten Schicht weißem Aqua Make-up. Anschließend male ich mit aller Sorgfalt meine Zähne auf. Hierbei verlängere ich zuerst meine Mundwinkellinie, an der ich mich dann orientieren und Zahn für Zahn aufmalen kann. Das Ganze mache ich mit einem Fine Angle Brush und einem Hauch von schwarzem Aqua Make-up. Dann schattiere ich Kieferhöhle und male mit weiß die Zahnflächen aus. Die Zahnzwischenräume betone ich schwarz, um noch mehr Tiefe zu geben und schattiere anschließend die Zahnhälse mit schwarzem Eyeshadow. So entsteht nach und nach ein plastischer Eindruck. Der Schönheitsfleck darf natürlich nicht fehlen. Dann schattiere ich Schläfen- und Jochbeinknochen und den Unterkiefer jeweils an den Kanten mit schwarzem Eyeshadow. Die Zahnhälse betone ich mit kleinen weißen Bögen. Dann geht es weiter mit schwarzem Aqua Make-up. Ich schminke alles bis auf die Knochen schwarz, damit mein Skelett richtig zum Vorschein kommt. Anschließend gehe ich nochmal über alle Knochen mit weiß, um die Deckkraft zu erhöhen. Das mache ich wieder mit weißem Aqua Make-up. Um dem Skelett einen plastischen Eindruck zu verleihen, erhalten die Schulterblätter ein Grau. Merke, dunkles lässt zurück und helles lässt hervortreten. Also alles, was weiter hinten liegt, wird somit dunkler geschminkt und was vorne liegt, heller. Dann werden alle Knochen mit schwarz konturiert und anschließend mit grau schattiert. Für den Grauton habe ich einfach schwarzes und weißes Aqua Make-up miteinander gemischt. Ich habe dann so lange schattiert, bis mir das Endergebnis gefallen hat. Das heißt, die höchsten Stellen mit weiß gehighlighted, die am stärksten hervortreten sollen und die tiefsten mit grau eingelegt, die weiter hinten liegen sollen. Auf der entstellten Seite klebe ich mir mein Augenlid mit Sporttape und etwas zu, damit ich dann darauf das Silikon geben kann und auch zum Schutz meiner Wimpern, da Silikon nämlich Haare liebt und ich sonst beim Entfernen Probleme hätte. Das Silikon trage ich mit einem Modellierspatel auf. Das ist ein On-Skin-Silikon. Für den Augenbereich verwende ich ein Silikon, das recht schnell aushärtet. Das heißt, zum Aufmodellieren bleiben wir weniger als zwei Minuten, dann ist das nicht mehr formbar. Hier gebe ich das Silikon zum Beispiel direkt aus der Kartusche auf mein Auge. Ich habe dann so viel Silikon auf das Auge gegeben, bis das Sporttape-Band irgendwann nicht mehr zu sehen war und mich nach und nach weiter fortgearbeitet, bis meine ganze linke Seite mit Silikon bedeckt war. und mich nach Buddha auf das Auge überzeugt, Für den restlichen Bereich habe ich ein Silikon verwendet, das etwas langsamer abbindet, um großflächig ermolidieren zu können. Alternativ hätte ich auch Gelatine verwenden können, allerdings ist da immer Vorsicht geboten, da man sich schnell verbrühen kann, wenn die Gelatine noch zu heiß ist. Und das besonders heikel wäre, dann damit am Auge zu arbeiten. Sobald das Silikon dann ausgehärtet ist, pude ich es großzügig ab, damit es nicht mehr klebrig ist und sich leichter einschminken lässt. Gleichzeitig verliert es hier durch den starken Glanz und sieht danach mehr aus wie vernarbte Haut. Ich verwende hier das Kryolan Anti-Shine Puder. Zum Schluss schminke ich mit verschiedenen Rottönen die Tiefen, um dem Ganzen noch mehr Lebendigkeit zu geben. Hierfür verwende ich alkoholaktivierbare Farben aus meiner Skin Illustrator Effects und Mr. Dashboard Dark Tones Palette. Diese Farben lassen sich super schön transparent oder auch opaak auftragen und sind wisch- und wasserfest, sobald sie getrocknet sind. Am Auge habe ich mit rotem Creme Make-Up von Kryolan gearbeitet, da dieses im Augenbereich angenehmer ist als die Alkoholfarben. Abschließend bin ich über alle Schattierungen noch einmal mit schwarzem Eyeshadow drüber gegangen, wo mir der Effekt noch zu schwach war. Habe meine Kontaktlinsen eingesetzt und die Perücke aufgesetzt und war fertig. Falls ihr dieses Make-Up mal nachschminken wollt, seht ihr abschließend noch eine Auflistung der Produkte, die ich für den Look verwendet habe. Folgt mir gerne auch bei Instagram und Facebook. Und danke fürs Zusehen und bis bald! Bis bald!